Wie geht es Ihnen heute, wie haben Sie den Prozess aufgemacht, das Urteil? Ganz ehrlich, hätte ich nie gesagt, das werde ich sechs Jahre bekommen. Ich dachte mindestens mit zehn Jahren, weil ich habe zwei Kinder verloren. Das ist nicht leicht, einfach zu diesen zwei Kindern so, die guten meinen Kindern nicht auf der Straße gefunden. So die zehn Jahre oder nach sechs Jahren auf einmal, die kommen raus und dann können die wieder mit ihren Kindern spielen. Aber jetzt habe ich ganz mein Leben, habe ich meine Kinder verloren. Wie haben Sie den ganzen Prozess empfohlen? Ich finde der Richter, er hat uns bestraft, nicht sogar der Weideopfer, sondern wir haben uns bestraft. Sechs Jahre, das ist gar nichts, finde ich. Hat denn die Angeklagte, hat die irgendwann mal mit Ihnen gesprochen, versucht sich zu entschuldigen oder sowas? Was bringt mir Entschuldigung? Kann wieder meine Kinder wieder Tiere bringen? Meine Kinder sind jetzt unter Herder. Und ihre Kinder, die spielen jetzt Plastisch und keine Ahnung, was sie da machen. Und meine Frau hat schon zweimal OP und noch zwei OP-Innen sind hinter sich. Sie muss noch zweimal machen. Spannend.